Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Im heutigen Video soll es um das Rekrutierungsprogramm gehen, womit man als langjähriger Spieler neue Spieler, also Freunde, die neu mit World of Tanks anfangen können, einladen kann und damit gemeinsam gewisse Boni abstauben kann, sag ich mal. Jetzt werden viele von euch sagen, na woher, das gibt es ja jetzt schon Ewigkeiten, das ist ja jetzt nichts Neues. Das stimmt natürlich. Ich muss aber zugeben, dass ich bisher da nie ein Auge drauf geworfen habe, da ich bisher auch nie Rekruten hatte. Also Spieler, Freunde, die mit World of Tanks neu angefangen haben und die ich in dieses Rekrutierungsprogramm einladen konnte, um ihnen zu helfen, aber auch um mir ein paar Boni nebenher zu beschaffen. Dennoch ist es jetzt soweit gewesen, denn ihr wisst es ja, habt es vielleicht auch in den Livestreams mitbekommen, Bacon und Schnitzel, also Jan hat ja schon seit über einem Jahr einen World of Tanks Account und Tim, Mahadasha, auch schon seit einiger Zeit. Ich weiß nicht genau wie lange, habe ich es auch nicht nachgeschaut. Und beide konnte ich aber noch in das Rekrutierungsprogramm einladen, also ich als Kommandant, die beiden als Rekruten. Da gibt es gewisse Voraussetzungen. Der Kommandant zum Beispiel, der muss schon mindestens 600 Gefechte gefahren haben und die Rekruten, damit man die einladen kann, weniger als 200 Gefechte oder sie dürfen in den letzten 60 Tagen gar nicht gespielt haben. Wenn natürlich jemand komplett neu anfängt, dann geht das natürlich auf jeden Fall auch. Wenn ihr euch insgesamt zu den Bedingungen und das, was man da bekommen kann, im Detail informieren wollt, dann schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Dort habe ich den entsprechenden Link zum aktuellen Rekrutierungsprogramm, schwieriges Wort, mit reingepackt von Wargaming bzw. World of Tanks. Da sind wirklich alle Infos. Ich werde jetzt hier vielleicht nicht auf alles eingehen, aber in dem Artikel könnt ihr euch auf jeden Fall alles anschauen. Und wenn man denjenigen dann eingeladen hat, dann kann dieser Rekrut entweder alleine, also indem er selber Zufallsgefechte fährt, Punkte für dieses Rekrutierungsprogramm sammeln und dann in diesen Stufen aufsteigen. Es gibt, glaube ich, bis zu sechs. Beziehungsweise, und das ist jetzt der Punkt, wo ich eigentlich drauf hinaus will, wenn der Kommandant, also ich als Einladender, mit meinem Rekrut oder meinen Rekrutenten im Platon unterwegs bin, gibt es richtig leckere Bonis. Nämlich, für den Kommandanten gibt es 50% mehr EP und 50% mehr Credit-Punkte. Also im Grunde einen Premium-Account-Ersatz. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Premium-Account hätte, dann rein von den Prozenten, die ich mit diesem Platon bekomme, hätte ich quasi vier Premium-Account. Wenn ich aber schon einen Premium-Account habe, kommt das quasi oben drauf. Und das ist natürlich richtig, richtig nice. Und für den Rekruten oder die Rekrutenten ist es noch viel attraktiver, wenn sie mit ihrem Kommandanten im Platon unterwegs sind. Sie bekommen nämlich 100% mehr EP plus 100% mehr Credits. Das ist richtig attraktiv. Das heißt, wenn man mal davon ausgeht, der Kommandant, langjähriger Spieler in World of Tanks, hat Premium-Account auf seinem Account drauf. Dann bekommt der quasi die 50%-Bonus. Kommt also mit Premium-Account plus den 50%-Bonus auf 100%. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass der Rekrut dadurch, dass er neu ist und erst mal ans Spiel rangeführt wird, ohne Premium-Account vielleicht spielt, dann hat er quasi den prozentual gleichen Bonus wie gerade der erwähnte Kommandant, der vielleicht Premium-Account hat, weil der Rekrut halt eben die 100% bekommt. Es gibt aber auch in diesen Stufen, die dann der Rekrut durchläuft und freispielt, gibt es halt wie gesagt verschiedene Boni und bei den Boni für den Rekrutensis ist unter anderem auch Premium-Spielzeit enthalten. Diese Boni für diese Stufen unterscheiden sich von Kommandant zu Rekruten schon deutlich. Der Rekrut bekommt eher nützliche Sachen für den Anfänger. Das heißt, er bekommt mal ein paar Premium-Spielzeit-Tage, er bekommt ein paar Tannungen, er bekommt Ausbausätze für Module, was natürlich am Anfang auch sehr, sehr praktisch ist und er bekommt Credits, also alles das, was er am Anfang nicht unbedingt so viel hat. Und der Kommandant, auch der bekommt so Tannungen-Kram und so, aber der bekommt primär Bonds, also das, was man als langjähriger oder, sagen wir mal, Spieler, der schon länger dabei ist, vielleicht eher gebrauchen kann als Credits oder vielleicht Premium-Spielzeit. Also da guckt Wargaming schon so ein bisschen in die Richtung, was könnte der Kommandant gebrauchen, was könnte der Rekruten tendenziell eher gebrauchen. Außerdem ist es so, wenn man dann diese sechs Stufen durchgespielt hat, also primär dann der Rekrut natürlich, dann gibt es für beide, für Kommandanten, aber auch für den Rekruten, Belohnungen in Form von Premium-Panzern. Für den Kommandanten lohnt es sich insofern, dass der eine Auswahl aus Achter-Premiums hat, die er sich auswählen kann. Also zur Auswahl stehen entweder aktuell, das ändert sich immer mal, aktuell ein STA-2, ein T-54 Mod 1, ein T-26 E5, ein T-92, der Light bei den Amerikanern oder ein VK-168-01P, also der Mauerbrecher, nur ohne Mauerbrecher-Skin, zugegeben. Das sind jetzt natürlich nicht die krassesten Achter-Premiums, die man da zur Auswahl hat. Das ist jetzt kein Burras zum Beispiel dabei oder kein Defender, wobei man ja auch in Frage stellen kann, wie gut der Defender mittlerweile noch ist, aber das ist mal ein anderer Punkt. Oder, wenn man die alle schon hat, kann man auch 3,4 Millionen Credits bekommen. Auch nicht schlecht. Und der Rekrut, der ja durch dieses Rekrutierungsprogramm auch ein bisschen ans Spiel herangeführt wird, der das Spiel kennengelernt hat dadurch, sich dann auch durch diese Stufen und durch die Gefechte, die er gespielt hat, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, der kann sich zwischen 6er- bzw. 7er-Premiums einen auswählen. Und hier stehen zur Auswahl der T-34-85M, der Skoda T-40, die SU-122-44, der Tiger 1-3-1 oder der VK-4503 oder eben 1,9 Millionen Credits. Meine Empfehlung für die Rekruten wäre hier natürlich definitiv, den Premium-Panzer zu nehmen, weil im Gegensatz zu den Kommandanten, die vielleicht schon alle Premium-Panzer haben, die sie haben wollen oder denen die Auswahl nicht passt und entsprechend was mit den Credits anfangen können, ist natürlich für einen Rekruten, der vermutlich jetzt noch kein Geld investiert hat, ein Premium-Panzer natürlich ganz nett. Und das Coole daran ist, bei der Auswahl von den Premium-Fahrzeugen für den Rekruten, das ist auch eine etwas buntere Mischung als das, was Wargaming jetzt hier dem Kommandanten anbietet. Ja, der Skoda T-40 mag nicht gut sein und den allermeisten würde ich wohl den 85M empfehlen, weil der sehr universell ist und für seine Zielstufe gesehen ein sehr, sehr guter Premium. Aber wenn der Rekrut gemerkt hat, in den Gefechten, die er bisher gefahren ist, hey, mir liegen eigentlich eher die Jagdpanzer, dann hat er im Zweifelsfall die SU-122-44 zur Auswahl, also sogar ein 7er Premium. Oder wenn er der Meinung ist, hey, Heavys sind irgendwie das, was mir gefällt, dann hat er mit dem Tiger 1-3-1 einen ziemlichen Klassiker als Heavy am Start, als Premium, der eigentlich auch in Ordnung ist für seine Tierstufe. Oder wenn man es ein bisschen spezieller mag, ich sage extra speziell, dann eben dieser VK-4503, dieser 7er Heavy, der von seinen Eigenschaften irgendwo zwischen Tiger 1 und Tiger P liegt. Aber ja, nicht unbedingt meine Empfehlung wäre, also ich würde hier zum Beispiel dem Rekruten sagen, pass auf, entweder nimmst du den 85M als Medium, als ganz klassischen Medium, oder nimmst du den Tiger 1-3-1 als ganz klassischen Heavy. Alle anderen sind schon ein bisschen speziell, der Skoda T40 ist einfach scheiße, die SU-122 ist jetzt nicht unbedingt, ja, up to date. Und der VK, habe ich ja eben schon gesagt, ist jetzt auch nicht unbedingt die Wahl, die man da so als Anfänger vielleicht treffen sollte. Aber, und darauf muss ich halt einfach nochmal zurückkommen, diese EP und Credit Boni, wenn man im Platoon mit den Rekruten fährt, das ist ziemlich, ziemlich geil. Also, ich habe Runden gehabt, wo ich wirklich in Credits geschwommen bin. Und natürlich für die Rekruten ist das extrem hilfreich, weil sie natürlich einerseits, wenn sie im Platoon fahren, durch den Kommandanten, das Spiel besser kennenlernen. Also, ich konnte Jan und Tim in diesen Runden eigentlich immer Tipps geben, wo sie sich hinstellen können, was sie machen sollen, wo sie hinähmen sollen. Dadurch lernen sie das Spiel besser kennen und sie bekommen eben diese Boni, diesen 100%-Bonus und können entsprechend schneller leveln und sind jetzt nicht gezwungen, sich am Anfang gleich direkt Premium-Account zuzulegen, sondern haben dadurch quasi den Bonus des Premium-Accounts plus diesen Bonus des Rekruten-Programms und kommen dadurch entsprechend auch relativ zügig vorwärts. Und das merkt man auch. Klar hatten die beiden durch Battle Pass hin und wieder auch mal einen Tag Premium-Spielzeit dazwischen, wo sie selber gesagt haben, ja krass, also mit Premium-Account komme ich hier deutlich schneller vorwärts. Aber eben auch durch diesen Bonus im Platoon-Fahren hat man schon spürbar gemerkt, wie sie schneller an EP gekommen sind. Und beide sind mittlerweile in der Lage, entweder sogar schon eine zweite Linie anzufangen oder eben hier auf dem VK30-02D die Field-Mods zu forschen, weil sie eben den Panzer schon durchgeforscht haben, ihnen aber aktuell die Credits für den Tier-Achter fehlen. Wobei ich hier auch sagen muss, warum? Ihr müsst jetzt erstmal nicht auf Tier-Acht fahren. Natürlich wollen sie weiterkommen, das merkt man auch. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, also ganz allgemein für den Rekruten auch, jetzt nicht unbedingt auf Tim oder auf Jan bezogen hier, dass man, wenn man das Rekruten-Programm fertig hat, ruhig mit dem Premium-Panzer, den man da bekommen hat, ein paar Runden fährt, um einerseits Credits zu verdienen, aber eben andererseits auch weiter Erfahrungen zu sammeln. Denn man merkt schon, wenn die beiden mit mir auf Tier 7 unterwegs sind, dass sie an der einen oder anderen Stelle noch strugglen, was völlig normal ist. Und da ist meine Empfehlung auch für euch, wenn ihr neu im Spiel seid, versucht euch erstmal auf Tier 5, 6 und 7. Das schafft man, wie gesagt, mit dem Rekruten-Programm ganz entspannt. Macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man zusammen im Platoon fahren kann. Und dann kann man, wenn man entsprechend Erfahrung gesammelt hat und sich auch ein bisschen sicherer fühlt, dann vielleicht auch irgendwann sich den entsprechenden Achter im Checktree, den man da freigeforscht hat, kaufen und sich da entsprechend weiter versuchen. Wenn man das natürlich möchte. Ursprünglich wollte ich für das Video hier eigentlich ein anderes Replay zeigen, welches ich mit Jan, Kirtano und mit mir auf Westfield gefahren bin. Aber da Wargaming mal wieder ein Update reingeschoben hat und die Replays dann mit der Version nicht mehr funktionieren und die Version, die ich davor hatte, aktuell auch nicht zum Download in irgendeiner Form angeboten wird, habe ich hier diese Runde vom Freitag mit dem Chito SP genommen, bei der wir eine schöne, spannende Runde hatten. Ich konnte hier entsprechend schön Schaden machen und wir konnten auch Jan und ich da den IS-3 ganz gut in der Aktion zerlegen. Da hat er auch mal gemerkt und Tim, der dann glaube ich schon raus war zu dem Zeitpunkt, wie das Ganze auch mal zusammen funktionieren kann. Und das war schon ziemlich cool, da den IS-3 in die Zange zu nehmen. Also wenn ihr Freunde habt, die gerne World of Tanks ausprobieren wollt, ich kann euch nur ans Herz legen, nutzt dieses Rekrutierung, Rekrutierungsprogramm, ich scheitere an dem Wort immer wieder, und vor allen Dingen fahrt mit ihnen auch zusammen, zeigt ihnen das Spiel, erklärt ihnen das Spiel, sagt ihnen, wo sie hinfahren können mit dem Panzer, den sie haben, zeigt ihnen die Positionen, wo sie hinzielen sollen, helft den Leuten, denn ich merke das bei Jan und bei Tim, dass sie gerade am Anfang mit der Map-Flut und mit den Positionen, die es überall gibt und auch den Schusskanälen einfach maximal überfordert sind. Und da merkt man erst mal, wenn man jahrelang World of Tanks spielt, was man da auch für ein Wissen aufbaut und für eine Automatisierung in gewissen Situationen zu reagieren, wo ich denn, wenn ich Jan und Tim sehe, dann auch immer sage, okay, krass, ist völlig normal, ich muss mir das erst wieder quasi ins Gedächtnis rufen, aber versuch doch mal das und das in der und der Situation oder wenn halt irgendwas gerade schiefgelaufen ist, dann hinterher halt Feedback zu geben, pass auf, völlig normal, aber versuch mal dran zu denken, wenn du wieder in so eine Situation kommst, das und das zu machen. Also Klassiker ganz zum Beispiel ist, turmloser Jagdpanzer als Gegner, die beiden im Medium bleiben halt starr vor Schreck vor dem Jagdpanzer stehen und anstatt an ihm vorbeizufahren. Ja, so was Grundlegendes, was halt Spieler, die seit vielen tausend Gefechten World of Tanks spielen, das einfach verinnerlicht haben. Und damit helft er den Leuten natürlich auch und bringt sie dem ans Spiel ran und dann macht es auch einfach mehr Spaß, gemeinsam World of Tanks zu spielen. Trotzdem war die Runde hier am Ende relativ teuer, wie ihr seht. Also fast 60.000 Credits nur für Munitionskosten, 20.000 für die Verbrauchsgüter, trotzdem nur minus 8.000 am Ende rausbekommen und irgendein Fünffach-Booster, der ja noch lief, der mir am Ende 13.380 XP-Liefer plus halt den Bonus, den ich durch das Platoon-Fahren mit den beiden bekomme. Wenn ihr mehr wissen wollt, was ihr in den einzelnen Stufen machen müsst, wie viele Punkte ihr da sammeln müsst, wie ihr Punkte sammeln könnt, für die Rekruten, wie gesagt, der Link zum Artikel ist unten in der Videobeschreibung. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game1-Fan, Kulde, Gorwin, Kertano, Karbein, Baron und Rohrblitz und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Bis zum nächsten Mal.